Russlands Präsident Putin ist zu Gesprächen nach Kasachstan gereist. In der Zentralasiatischen Republik will er heute mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan zusammenkommen. Morgen sind dann Gespräche mit Chinas Staatschef Xi Jinping geplant. Die Treffen finden im Rahmen des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt. Weitere Mitglieder sind unter anderem der Iran, Pakistan und Belarus.